Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Wassermann, die heutigen Energien könnten dich dazu bringen, die Gesellschaft von Freunden zu suchen, weil du ein starkes Bedürfnis nach sozialer Interaktion hast. Wenn du dich jedoch zu deinen Freunden gesellst, könnte es sein, dass du auf jemanden triffst, der schlecht gelaunt ist und dessen Negativität einen Schatten auf deinen Tag werfen könnte. In einer solchen Situation ist es vielleicht klüger, etwas Zeit allein zu verbringen. Ein Workout oder eine körperliche Aktivität kann nicht nur deinen Körper trainieren, sondern auch dein Selbstvertrauen und dein Wohlbefinden stärken. Eine konsequente Gesundheitspraxis kann dein Anker sein, wenn du mit täglichen Hindernissen und Unsicherheiten konfrontiert wirst. Oft lassen wir es zu, dass äußere Herausforderungen unsere Gesundheitsroutine diktieren, was zu Verwirrung und Inkonsequenz führt. Disziplin in deinem Gesundheitsprogramm kann dir jedoch helfen, die schwierigsten Momente mit Klarheit und Widerstandsfähigkeit zu meistern. Erinnere dich daran, dass selbst in schwierigen Zeiten eine einfache Handlung wie ein heißes Bad Wunder für dein körperliches und geistiges Wohlbefinden bewirken kann. Heute könnte dein Geist zu einem fruchtbaren Boden für eine Fülle brillanter Ideen werden. Diese Ideen können schnell einfließen und zahlreiche Möglichkeiten und Chancen für dich schaffen, die du erkunden kannst. Lass dich von diesem kreativen Schub anstecken und nimm diese innovativen Konzepte zur Kenntnis. Auch wenn es schwierig ist, den Überblick zu behalten, kann das Dokumentieren deiner Ideen zu spannenden Entwicklungen in verschiedenen Bereichen deines Lebens führen. Die Emotionen könnten heute hochkochen, und sowohl du als auch dein Partner könnten ungewöhnliche Tendenzen zum Egoismus verspüren. Diese Abweichung von eurem üblichen Verhalten könnte darauf hindeuten, dass ihr eine Auszeit braucht, um Aktivitäten nachzugehen, die euch Freude machen und euch erfrischen. Wenn ihr euch diese Zeit nehmt, um getrennt voneinander neue Energie zu tanken, kann das zu einer bedeutungsvolleren und harmonischeren Verbindung führen, wenn ihr wieder zusammenkommt. Wie bereits erwähnt, solltest du dich auf eine überraschende Enthüllung gefasst machen, die dich in Erstaunen versetzen könnte. Die himmlischen Energien sind so ausgerichtet, dass sie eine Botschaft übermitteln, die das Potenzial hat, deinen Lebensweg neu zu gestalten. Ob es sich um eine lang erwartete Liebeserklärung, eine karriereverändernde Chance oder eine tiefgreifende Offenbarung handelt, das Universum hat sich zu deinen Gunsten verschworen. Sei offen für die unerwarteten Wendungen, die dir das Leben bietet, denn diese Botschaft hat das Potenzial, dein Schicksal zu verändern. Nimm die Einflüsterungen des Schicksals mit offenem Herzen und Verstand auf und sei bereit, die lebensverändernde Botschaft anzunehmen, die dich erwartet. Wenn der Mond heute in den Löwe eintritt, können sich die Emotionen verstärken, was zu Unbeständigkeit führen kann. Es könnte sein, dass du ein ungewöhnliches Maß an Egoismus an den Tag legst, das für dich und deinen Partner untypisch ist. Das könnte ein Signal dafür sein, dass ihr beide eine Zeit lang getrennt voneinander Aktivitäten nachgehen solltet, die euch persönlich Erfüllung und Energie bringen. Diese Trennung kann Raum für eine persönliche Verjüngung schaffen, die später ein sinnvolles und harmonisches Wiedersehen ermöglicht. Abschließend möchte ich sagen, dass du die Herausforderungen und Überraschungen von heute mit offenem Herzen und der Bereitschaft zur Anpassung annehmen solltest. Erinnere dich daran, wie wichtig es ist, sich selbst zu pflegen und eine disziplinierte Gesundheitsroutine aufrecht zu erhalten, besonders in unsicheren Zeiten. Erforsche die Fülle an kreativen Ideen, die dir durch den Kopf gehen, und nutze diese Energie zu deinem Vorteil. Achte auf dein persönliches Wohlbefinden und überlege dir, ob du dich von deinem Partner oder deiner Partnerin trennen willst, um euer eigenes Selbst zu pflegen und eure Verbindung zu stärken. Vertraue darauf, dass die himmlischen Energien sich zu deinen Gunsten verschwören, und sei bereit, die unerwarteten Wendungen des Lebens zu begrüßen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Teufelskarte steht für Versuchung, Gebundenheit und den Einfluss materieller Wünsche. Diese Karte deutet darauf hin, dass du dich heute vielleicht mit Problemen der Versuchung oder ungesunden Bindungen auseinandersetzen musst. Sie steht für eine Zeit des Ringens mit inneren Dämonen oder äußerem Druck. Der Teufel ermutigt dich, alle Bereiche deines Lebens zu untersuchen, in denen du vielleicht in Mustern von Exzess oder Sucht gefangen bist. Er erinnert dich daran, dass du die innere Kraft hast, dich aus diesen Bindungen zu befreien und die Kontrolle wieder zu langen. Neben dem Teufel haben wir die Karte Stärke. Diese Karte steht für Mut, innere Stärke und die Kraft, Herausforderungen zu überwinden. Sie steht für eine Zeit, in der du deine innere Stärke nutzen und Widrigkeiten mit Anmut begegnen kannst. Stärke lädt dich dazu ein, deine inneren Reserven an Kraft und Widerstandsfähigkeit anzuzapfen. Sie erinnert dich daran, dass du in der Lage bist, Hindernisse zu überwinden und selbst in schwierigen Situationen die Fassung zu bewahren. Als letztes haben wir die 5. der Kelche. Diese Karte steht für Enttäuschung, Verlust und das Bedürfnis, den Kummer zu verarbeiten. Sie steht für eine Zeit der Trauer über das, was man verloren hat, und für ein Gefühl der Traurigkeit. Die 5. der Kelche ermutigt dich, deine Gefühle der Enttäuschung oder des Verlust anzuerkennen und dir die Erlaubnis zu geben, zu trauern. Sie erinnert dich daran, dass Heilung durch das Anerkennen und Verarbeiten deiner Gefühle möglich ist. Der Teufel, die Stärke und die 5. der Kelche ergeben zusammen eine Kombination aus der Auseinandersetzung mit Versuchungen, der Suche nach innerer Stärke und der Verarbeitung von Gefühlen. Mach dir heute die Energie des Teufels zu eigen, indem du alle Bereiche deines Lebens untersuchst, in denen du dich in ungesunde Bindungen oder Muster verstrickt hast. Erkenne die Versuchungen oder den Druck, dem du ausgesetzt bist, und erkenne, dass du dich ändern musst. Verkörpere gleichzeitig die Energie der Stärke, indem du deinen inneren Mut und deine Widerstandsfähigkeit anzapst. Wisse, dass du die Kraft hast, dich Herausforderungen zu stellen und sie mit Anmut zu überwinden. Kanaliere die Energie der 5. der Kelche, indem du dir Gefühle der Enttäuschung oder des Verlustes eingestehst, die du vielleicht gerade erlebst. Gib dir selbst die Erlaubnis, zu trauern und deine Gefühle auf gesunde Weise zu verarbeiten. Diese Deutung bedeutet einen Tag, an dem du dich Versuchungen stellen, innere Stärke finden und Gefühle verarbeiten musst. Mache dir die Energie des Teufels zu eigen, indem du die Bereiche erkennst, die verändert werden müssen. Nutze den Mut und die Widerstandsfähigkeit der Stärke, wenn du dich Herausforderungen stellst, und erlaube dir, Gefühle der Enttäuschung oder des Verlusts mit der Weisheit der 5. der Kelche zu verarbeiten. Erinnere dich daran, dass du den Tag mit einem Gefühl des Wachstums, der Heilung und der Befreiung von ungesunden Anhaftungen meistern kannst, wenn du die Versuchungen und Herausforderungen in deinem Leben erkennst und ansprichst, während du gleichzeitig deine innere Stärke anzapst und deine Gefühle verarbeitest. Untertitelung des ZDF für funk, 2017